Ja, ich habe mich spontan hierzu entschieden, meine Stimme zu äußern. Und zwar freue ich mich, mit euch Mitmenschen hier versammelt zu sein. Und mir liegt eins am Herzen besonders, dass wir unsere Angst ablegen, dass wir unsere eigene Enge anerkennen und uns ausweiten. Dass wir sehen, dass wir nicht mehr nur Bürger eines Berlins sind, das sich befreit hat im Laufe der Jahrzehnte, sondern dass wir ein Mensch sind jeweils, der sich frei entscheiden kann, Weltbürger zu sein. Und zwar Weltbürger im Sinne eines freien Bürgers. Eines freien Bürgers, der sich entscheidet, ja, ich stehe ein für den ganzen Planeten Erde. Für die ganze Erde. Und dass wir einander umarmen als Menschen, dass wir uns ansehen und einander erkennen, dass wir alle Menschen dieses Planeten sind. Dass wir uns nicht die Mauern unserer Vorstellungen aufrechterhalten, dass wir Deutsche sind und andere Nationalitäten, unsere Nachbarn von uns getrennt sind. Nein, wir sind Erdenbürger, Erdlinge, wie auch immer wir das ausdrücken wollen. Es geht darum, uns anzuerkennen, dass wir nur gemeinsam als Menschen wirklich frei sein können. Dass wir die Mauern niederreißen zwischen uns. Dass wir erkennen, oh ja, der Nachbar neben mir, den ich eigentlich gar nicht kenne, das ist auch ein Erdenbürger oder auch die Griechen oder wem auch immer. Es geht darum, Feindbilder abzubauen. Es geht darum, Toleranz auszuüben im Alltag. Einander zu erkennen und zu sehen und nicht irgendwelche Vorstellungen auszuleben, wie der andere vielleicht sein könnte, ohne dass wir wirklich Kontakt mit diesen Menschen haben. Und das ist viel wichtiger, als irgendwelche Angst einzureden. Es geht hier darum, uns selbst zu befreien, uns auszuweiten und das Herz zu spüren, das Gefühl zu walten zu lassen, ein neues Paradigma des Gefühls einzuführen. Nicht nur in der Ratio zu hängen, sondern auch die Verbindung des Herzens zu spüren. Das sehe ich ganz wichtig. Und ich spüre, ich bin jetzt seit zwei Monaten wieder in Deutschland, habe davor ein Jahr Freiwilligendienst im Ausland in Indien erlebt. Und jetzt bin ich hier wieder zurück und ich erkenne, wie unglaublich entfremdet die Menschen voneinander sind. Wie können wir nur einander anschauen und nicht zurücklächeln zum Beispiel? Ich meine, das gehört auch dazu, dass wir vielleicht auch Abneigungen gegen andere haben. Das gehört auch alles dazu. Es gehört dazu, uns zu akzeptieren, wie wir sind mit all unserem Hass und unserer Kram und wie auch immer. Doch es ist so wichtig, die Gefühle zu achten, sie anzuerkennen und einfach zu erleben, wie es ist, ein Mensch zu sein, ohne die Identifikation mit irgendwelchen Vorurteilen, mit unseren eigenen Schamgefühlen, mit unserer eigenen Schuld besonders. Denn es ist so wichtig, gerade in unserer Zeit, die Schuld zu vergeben, uns selbst gegenüber und den anderen auch. Denn das spiegelt sich nicht nur in der Gesellschaft, sondern in unserem eigenen Herzen. Wenn wir die Schuld weitertragen und uns nicht selbst vergeben können, so können wir auch niemanden anderen vergeben. Und so wichtig ist das, ihr seht das mit der Schuldensituation. Die ganze Marktwirtschaft basiert nur auf Schuld. Das ganze Geld basiert nur auf Schuld. Wir müssen einfach einen Neustart wagen. Wir müssen ein neues Berlin schaffen, ein neues Deutschland. Und im Endeffekt müssen wir ein neues Paradigma der Welt einleiten. Und zwar eine Vergebung. Eine Vergebung der Schuld, wie auch immer wir das ausdrücken. Eine Vergebung der Sünde, wie auch immer. Es geht nur darum, frei zu sein. Und ich bitte alle darum, im Herzen zu spüren, was denn jetzt für ein Gefühl da ist. Vielen Dank und ich bitte um viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen. Dem ist nichts mehr zuzufügen. Warmen Applaus. Der Mann spricht von Mündigkeit und Herzenswärme. Habt ihr das alle gehört? Aufmerksamkeit und Herzenswärme. Vielen Dank.